aber das macht ja nichts wir können ja hier weiter bauen ach ja ok es wird schon wieder hell ich hoffe jetzt kommt die kein creeper um die ecke die brennen alle das ist gut yeah oh da ist ein creeper wusste ich doch ich mach mal lieber mein loch zu damit hier damit wir hier keine ungeladenen gäste bekommen noch einer ein bisschen holz haben wir auch schon bekommen wie nett ja dann müssen wir halt erstmal holzkohle produzieren wenn es hier kein gebirge gibt wobei ich denke wenn ich mein loch noch ein bisschen tiefer grabe dann sollte ich auch auf kohle stoßen irgendwann so was sind das hier eingesackt ah da haha ja gut ah genau und buchenholz brauche ich ja auch noch beziehungsweise eichenholz ähm 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 okay reicht jetzt ähm Ah, ein Schaf. Komm her. Dankeschön. Meine Kuh, komm her. Ah. Ah ja. Haha. Ich finde irgendwie... Mit der Helligkeitsstufe sieht es ein bisschen aus, als ob hier so ein Shader drin wäre. Ich finde, es sieht cool aus. Mal da hin in diesen Berg. Ja, da können wir ja gleich mal hingehen. So, aber ich werde jetzt mal ein fettes Haus hier gefertigen. So, das sind jetzt unsere Sticks. Hier machen wir noch mehr Kohle. Ähm, so. Oh. Oh. Dummdi-dum. Äh. 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 Die Kiste bräuchten wir noch. So. Äh. Besser. Besser. Jetzt können wir die Wolle mal reinpacken. Äh. Die... Setzlinge, die Pfeile, die Pfeile, die Knochen, die Spinnung, lalalala. So. Dich hat dich doch weggeschmissen. Warum bist du immer noch hier? Ähm. Sand brauchen wir auch nicht. Holzschwert. Naja. Hm. Ach, das Eisen könnten wir mal einschmelzen. Das... Wär ja wat. Neue Fackeln. Und hier dann unser Fetamin-Eingang. Ähm. Ähm. Richtig. Ich wollte zum Berg. Fack. Wie? Ähm. Cool. Schleimis. Haha. Geil. Sticky Pistons. Da sind Schafe. Mit einer Wolle. Da ist auch ein Berg. Ah, da hinten. Ah, ha, ha. Das ist ja schön. Bäh, sind wieder diese ekligen Renderfehler. So, schon irgendwo Kohle zu sehen. Ja, da oben. So, die Dau. Da oben ist noch mehr. Ja, gib mehr Kohle. Ja. Oh, cool. Da ist noch mehr. So. Zwölf Stücken Kohle. Das reicht auf keinen Fall. Ah, gut. Yo, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Oh, ho, 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 ho. Haha. Boah, ist hier viel Kohle. Geil. Oh, Level 5. Cool. Äh. Hm. So. So, wo war jetzt die Hütte? Bis zum nächsten Mal.